Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Oddworld Apes Exodus. Ja, wir sind hier in den Boneworks und wir sind jetzt hier quasi bei dem ersten, ähm, ja, wie soll man das nennen? Wie bei, wie in diesem Ding, weil, ach, ihr wisst schon, was ich, hab ich doch im letzten Part gesagt. Wir gehen jetzt hier einfach in die erste Tür rein. Wir machen 1, 2, 3, 4 und kommen in die fünfte Tür und dann gibt's irgendwas Großes und dann geht ab die Post. So, ähm, ja, Slogs und, äh, Slurks. Und wir rennen einfach mal, gucken, was auf uns zukommt. Das war falsch. Wir müssen nach oben. Hab mir das schon gedacht. Ich glaub, da unten, da kann man auch überhaupt nicht lang kommen. Also, das ist nicht möglich. So, jetzt aber. So. Wir machen mal einen Quick Save. Mal gucken, was uns hier erwartet jetzt. Äh, 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 äh. Da war ich doch ein bisschen faul. Also, nicht faul, sondern... Ich hab keine Geduld gehabt. Jetzt müssen wir warten, bis der grüne Balken da weg ist. Flipp. So. Wunderbar. Ich hab keine Fläschchen gesehen. Was ist denn hier los, irgendwie? Ist jetzt schon das zweite Mal, dass der so lange gebraucht hat, bis er losgeht. Das hat auch eben, als ich aus der Demo rausgedrückt hab, hat's relativ lang geladen. Ich hoffe mal, dass es heute nicht abkackt oder so. Ist jetzt Nummer eins schon fertig? War das schon Nummer eins? Tatsächlich. Warum leuchtet bei fünf die Lampe grün? Das macht keinen Sinn. Hat das schon wieder so lange gedauert? Ich weiß nicht, was da los ist. Naja, vielleicht finden wir ja noch irgendeinen lustigen Bug. Ach, wir haben einen Stein. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Erstens, dass hier ein Fleischsack hängt und kein Steinsack. Zweitens, dass der Stein da oben wieder runtergerollt ist. Das ist mir vorher, weiß ich gar nicht, ob mir das jemals schon mal passiert ist. Ähm. Aber das macht eigentlich auch Sinn, weil man sonst nicht da oben hinkommen würde. Nein. Er ist schon wieder nicht nach links, äh, rechts gegangen. Wunderschön. So, ich glaube, hier müssen wir jetzt aus dem, aus diesem Bildschirm reinschmeißen. Ne, das geht, glaube ich, auch so. Das war schön. Damit sollten wir auch den anderen kaputt kriegen. Ja. Jetzt haben wir nichts mehr. Wunderbar. Da können wir uns direkt neu holen. Ich sehe hier auch keine Fläche. Jetzt ist sie schon wieder nicht gegangen. Aber hier müssen wir aus dem... Ich mache erstmal... Die stört mich. Ich muss sie erstmal kaputt machen. So. Ich glaube, von hier aus können wir werfen. Ja. Das ist mir zu nah. So. So. Das da oben müssen wir auch noch... ...Putti machen. Das ist ja schon wieder nicht gegangen. Ich raffe das nicht. Liegt er jetzt noch da? Natürlich liegt er noch da. Da sind aber Fläschchen. Oh. Ich habe nach unten gedrückt. Krieg ich... Bitte? Oh, komm schon. Jetzt muss ich mir den echt noch wiederholen, ey. Ich weiß jetzt gar nicht... Wie man... Ach, jetzt auf einmal. Na gut. Das war gut. Das war auch gut. Nehmen wir mal später. Ich drück mal ein Dreieck. Das war auf jeden Fall nicht richtig. Ich stelle mir das irgendwie so lustig vor. Die sind da so am Waschen und... ...warten so auf ihren Erlöser, sag ich mal. Und dann so... Hey, yo, ich rette euch. Und dann so... Ich fände das lustig. So. Ja, du kommst da jetzt auch mit. Dankeschön. Vier Stück steht hier, aber ich habe im Flügel. Sie stehen da schon Tode. Entweder steht da acht oder null. Null. Das ist schön. Jetzt hat der schon wieder so lange gebraucht zum Umdrehen. Ich weiß nicht, was da los ist. Ähm, ich könnte ja mal sagen, wir haben heute übrigens den 15.10. Schön in der Mitte vom Monat. Ich finde das irgendwie süß. Okay, müssen wir auch von jeder Seite machen. Bitte lass da nur vier gewesen sein. Ja, geil. Okay. Holen wir uns mal neue Steinchen. Quick Save. Nicht, dass wir in unser Verderben springen, aber das sah ganz gut aus. So. Und Nummer zwei wäre damit auch fertig. So, jetzt müssen wir mal die Fleischschlägen hier abwarten. Uiuiuiuiuiui. So, und jetzt haben wir hier drei und vier. Sind wir das letzte Mal nach unten geklettert? Ja, ich glaube schon, ne? Ja, müssen wir, ja. Okay, drei und vier sind zusammen. Oh, no. Okay, wie ging das? Moment. Also, ich habe die auf jeden Fall schon mal nicht aufgeweckt. Das ist, glaube ich, mal ganz gut. Okay. Jetzt hat er schon wieder so lange gebraucht, bis er losgeht. Okay. Er will manchmal einfach nicht gehen. Es kann auch sein, dass jetzt einfach mal der Controller Schrott ist. Okay, wir haben neun Stück. Hm. Was passiert denn, wenn ich mich hier dran hänge? Okay. Oh. Okay. Hm. Hm, 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 hm. Wo habe ich denn gequicksafed? Habe ich überhaupt gequicksafed? Nö. Haha. Oh, nicht schlecht. Hm. An sich könnten wir eigentlich rennen, ne? Ich mache mir jetzt keinen Quicksave. Ich glaube, der eine hätte das, er hat das eben gerade gefressen, ne? Ach, da oben ist Nummer vier. Lustig, dass der jetzt da runtergefallen ist. Ey, der hat ja schon wieder da gehangen, ne? Ja, jetzt mache ich aber einen Quicksave. Ich habe mir schon gedacht, da muss doch irgendwas kommen. Das ist okay. Ja, mein Gott, ist doch mal gut, ey. Warum machen die da überhaupt Kisten kaputt? Das ist ja. Dann sollte jetzt gleich, wenn der Balken weg ist, sollte die Tür aufgehen. Ich mag das, dass das irgendwie das rechte Auge von den Dingern ist, falls man das als Auge betiteln kann. Das ist ja nur irgendein, irgendeine Gerätschaft. Yay! Jetzt kommen wir wieder nach unten. Jetzt darf es auch blinken. Eben hat es hier nur grün geleuchtet. Aus irgendeinem Grund. Ich bin mir nicht ganz sicher, was jetzt kommt. Ach, guck mal. Da ist ein Skelett. Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt zu den Boneworks-Meister kommen. Ich hoffe mal, dass das jetzt richtig war. Ach und wenn, ich mache ja sowieso eine Speicher-Spiel-Speicherung nicht auf meinem... Oh nein. Okay. Ich dachte, da wäre was gewesen. Aber ich bin immer noch ein bisschen... Waren da grüne Fläschchen? Ich glaube nicht. Okay, was haben wir denn hier? Das ist nämlich... Genau. Da ist ein Fernseher, aber wir haben keinen Fernseher. Boneworks stillgelegt. Bone... Oh mein Gott, jetzt muss ich hier lesen. Boneworks Feind Nummer 1 sofort zu erschießen. Boneworks Feind Nummer 1